eigentlich warten wir bei den indizes auf einen dreh der aktuell allerdings noch ein gutes stück auf sich warten lässt sieht zumindest mal so aus naja immerhin der dax hat heute eher etwas was zur seite geht im verhältnis zur freitagsbewegung ihr seht dass die heutige tageskerze die wir hier beim index haben beim dax die sieht eher aus als ob sie naja so quasi ein inside bar hier ist oder harami je nachdem wie man es auch immer auswerten will aber zumindest mal der vortrieb ist ein bisschen gestoppt trotz alledem so richtig für die abwärtsseite sieht das gar nicht aus wir warten zwar eigentlich händeringend auf einen rücksetzer der uns so ein bisschen in diesen mittleren bereich wieder rein bringt um dann gerne wenn das korrektiv ist dann nach oben wieder uns vorzusetzen aber sind wir mal ganz ehrlich das was hier oben stattfindet wenn wir uns das unter der lupe angucken hier im vier stunden chart noch besser im fünf minuten chart da muss man sagen jawohl das geht abwärts aber ganz schön korrektiv also ich trau dem braten noch nicht beim dax zumindest mal ist es noch nicht wirklich ein abwärtssignal wir müssen damit rechnen dass das früher oder später kommt also seid nicht überrascht wenn der markt mal nach unten kommt es wäre sehr als natürlich also mehr als natürlich aber noch sieht es nicht danach aus als ob die marktteilnehmer da den druck nach unten schon aufbauen wollen also rechnet damit sprich zieht die stops entsprechend hinterher wie es für euch eben passend ist wir haben wir hatten häufig darüber gesprochen entweder die weite stop variante um einen rücksetzer zu überleben oder die enge stop variante um möglichst viel des gewinns rauszunehmen mittelwege sind da gar nicht so praktisch denn dann wird man ausgestoppt wo dann der kurs wahrscheinlich sogar wieder dreht denn übergeordnet finde ich das immerhin hier im tageschart übergeordnet noch so toll dass solange es korrektiv runter geht ich anschließend die long seite zumindest noch mal ein gutes stück weiter nutzen möchte also insofern dass die überlegung für den dax jetzt zu shorten macht wenig sinn jetzt noch mal long zu gehen naja gut der dax ist heute mehr oder weniger jahr durch für morgen müsste man mal gucken aber schauen wir uns mal den amerikanischen markt an und da gehen wir ruhig mal zuerst auf den nasdaq denn da haben wir ja uns eine short überlegung mal haben wir eingesetzt hier also nicht nur als überlegung sondern als tatsächliche umsetzung und dann seht ihr hier hatten wir die wendekerze aber seitdem so richtig toll burnermäßig nach unten sieht das ehrlich gesagt noch gar nicht aus na gut also wollen wir mal gucken wie das ganze weitergeht im zweifelsfall fliegt man eben raus dann kriegen wir halt noch mal einen punkt höher wundern würde mich das eigentlich nicht denn wisst dass ich rede häufig von ausbrüchen über alte hochs und da wäre das ausbruch über der ausbruch über das jahres hoch hier durchaus nicht untypisch passt zwar nicht zu dem short signal hier aber dieses short signal ist eben klassiker mit stop oben drüber ihr müsst aber davon ausgehen dass das nicht sicher ist dass das passiert das erzähle ich ja immer wieder und dementsprechend rechnet damit dass der kurs eben noch mal einmal überschießt und danach vielleicht in den dreh reinkommt na gut also stop ist gesetzt der bleibt für uns zumindest mal hier oben drüber wenn er dann halt drüber geht weil wir nicht wissen wie viel höher ist dann entsprechend geht würden wir dann eben lieber raus gehen und dann gegebenenfalls später noch mal eine short position machen falls er jetzt nicht dreht tatsächlich wer intraday geguckt hat ich mache das mal ein bisschen größer der hat hier zumindest als letztes mal eine starke aufwärtsbewegung gesehen eine deutliche abwärts korrektur und merkt euch immer als grobe daumen regel wenn ihr so eine erste anstiegsbewegung hier habt das was ihr vorne habt nach der korrektur sollte noch mal passieren es ist sogar noch ein bisschen höher gegangen also da ging es ein bisschen weiter noch aber das ist so die grobe überlegung die man im hinterkopf haben sollte wenn man irgendwie so eine starke bewegung sieht das geht natürlich in beide richtungen in eine starke abwärtsbewegung habt eine dreiwellige aufwärts dann erst mal diese fortsetzung also ihr seht das kann man auch im kleinen im kurzfristigen chart ich weiß viele von euch sind auch gerne intraday unterwegs und suchen geradezu nach diesen pattern vielleicht ergibt sich da im laufe des nachmittags abends vielleicht sogar was hier auf der abwärtsseite wenn es nachher so aussehen sollte wäre das noch mal zwischenschort für die kurzfristigen bitte nicht jetzt missinterpretieren im gesamtbild spielt das wenig eine rolle als aus meiner sicht aktuell zumindest mal aber wenn es so ein muster gibt dann wären das trigger für die short seite also intraday freunde haben hier die chance noch mal gegebenenfalls rein zu kommen auf der abwärtsseite ja wie sieht es denn jetzt aus dreht er oder dreht er nicht ja genau das ist die frage wir haben uns hier ja positioniert mit erwartungshaltung wenn der kurs noch mal höher geht dann fliegen wir halt raus und wenn er da runter geht haben ein vielfaches unseres risikos also insofern naja gut das werden wir jetzt wohl aussetzen müssen und dann schauen wir mal was aus der position wird unabhängig davon ob er noch mal höher geht oder ob er jetzt sofort dreht meine erwartungshaltung ist dass wir hier irgendwo wieder landen wenn das korrektiv ist wäre das hervorragend um später sogar die long position wieder einzunehmen also für die längerfristigen also weniger aktiven marktteilnehmer kein grund jetzt panikmäßig die position zu schließen wenn er hier rein läuft insbesondere wenn das korrektiv ist kann man das durchaus auch versuchen auszusitzen in der hoffnungsvollen erwartung durchaus begründeten erwartung dass der kurs hier dreht also die jahresendrallye dass die nachher sogar noch weiter geht wo wir eben ein päuschen zwischendrin das ist ja kein problem oder kein fehler das gleiche gilt natürlich für den s&p also da ist es ebenfalls durchaus angebracht dass es passiert aktuell sehe ich noch nicht wirklich die ambition dass es stattfinden soll also diesen rücksetzer den fände ich super aber ob er jetzt stattfindet oder erst noch ein bisschen weiter klettert und dann stattfindet das weiß ich nicht aktuell zumindest mal ist jetzt kein druck für die abwärtsseite sondern naja ähnlich wie wir das hier haben teilweise zumindest noch mal so ein bisschen aufwärts mäßig der die schubbewegung hier hoch mal gucken ob sich das ändert also rechnet aber damit ähnlich wie es beim dax auch mehrmals jetzt erzählt habe und beim nasdaq dass der dreh kommt quasi jederzeit aber nicht panikmäßig jetzt position schließen zieht einfach den stop hinterher zum beispiel auf super trend basis einfach hier irgendeinen modus finden das könnte zum beispiel super trend vier stunden sein nur mal als ein beispiel könnt ihr natürlich ein bisschen spielen ob ihr enger oder ein bisschen weiter weg sein wollt je nachdem ob ihr mehr wert drauf legt das ding nicht ausgestoppt wird oder ob ihr mehr drauf wert legt möglichst viel von dem gewinn dann einzukaschen und dann eben nicht mehr ins risiko zu gehen viele wünschen sich ja beides nee ich würde ja gerne maximalen gewinn aber eigentlich nichts riskieren das ist nicht für die börse gedacht da muss man eine entscheidung fällen was einem lieber ist das schöne ist man darf ja die entscheidung fällen man kann sie fällen und dann kann man gucken okay welches von den beiden varianten kriegen wir versucht es gar nicht erstes zu optimieren im sinne von ich will aber das beste was möglich ist ja das wird es manchmal auch geben keine frage aber eben nicht sicher zuverlässig für immer steuerbar gut über den daumen muss ich glaube ich ganz wenig reden auch hier ist es nicht untypisch wenn wir jetzt irgendwann so eine korrektur haben und für diejenigen die jetzt in panik geraten nein es kann sein dass es erst weiter klettert und danach die korrektur kommt sie wird kommen wann auch immer aktuell sehe ich sie noch nicht also hier gibt es nicht mal irgendwie ein umkehrsignal richtig schönes zumindest mal nicht hier so ein pseudoumkehrsignal ein bisschen ist es schon aber detail ist nicht so besonders lang ich wünsche mir den immer ein bisschen länger dann wird das bild klarer und je klarer es ist das so mehr andere marktteilnehmer springen auf die idee auf und sagen okay schließen wir die position und machen wir zwischendurch einen kleinen short immer dran denken auch hier gilt tiefster punkt gemessen zum höchsten punkt wo auch immer der ist aktuell ist das der höchste punkt hier den wir da haben und dann könnt ihr fibonacci diese kiste ausmalen und wenn ihr seht dass der kurs vorher noch weiter klettert was absolut möglich ist beispielsweise bis dahin ja dann ist die kiste halt ein klein bisschen höher das prinzip bleibt aber das gleiche korrektive rücksetzer da drin wären überhaupt gar kein problem anzeichen für ein short naja nicht wirklich anzeichen aber jetzt hier für long auch nicht also so ein bisschen beim dau würde ich sogar fast sagen die letzte auffällige starke bewegung machen wir es mal groß die war hier im fünf minuten chart sogar diese abwärts bewegung hier das ding hier und das was wir hier nach oben haben ist zumindest mal korrektiv also insofern wenn wir hier jetzt irgendwie was mal als anzeichen kriegen würden für die abwärtsseite wäre das ganz schick das könnte für die nachmittagsfreunde sowas hier sein und korrektiv hier auf einer kleineren richtung da wären die chancen schon ganz gut dass sich das nach unten dann nochmal fortsetzt also die chancen nicht schlecht für den dreh nach wie vor aber es ist nicht zwingend also für diejenigen die jetzt sagen ich brauche die höchste wahrscheinlichkeit der trefferquote nein wenn ihr sagt naja gut aber das chancenrisiko für solche überlegungen ist doch gut das chancenrisiko verhältnis meine ich natürlich dann ist das durchaus etwas was man an der stelle spielen kann so in diesem sinne hoffe ich dass ihr einen guten wochen einstieg habt schauen wir mal was die woche bringt immer daran denken es ist nur ein eine pause im bullenmarkt die vorläufig zu erwarten ist außer wenn der markt jetzt wie ein stein fällt und nur wackelig nach oben kommt gut dann ist sofort das bild kaputt für die bullische seite und die erwartungshaltung dass es vorläufig nochmal nach unten geht na gut schauen wir uns mal an was die verkürzte woche bringt thanksgiving am ende der woche kann sein dass da der ein oder andere sagt da machen wir doch mal gewinnmitnahmen das wäre vielleicht eine schöne initiation hier für diese abwärtsbewegung die wie gesagt uns nachher wieder schöne einstiege bringen dürfte na gut darüber werden wir später berichten euch an dieser stelle jetzt erstmal alles gute und ganz liebe grüße